Hallöchen, zurück zu ihr Text2 YouTube. Ich hoffe, ihr habt euch dick angezogen, weil ich glaube, wir werden hier ein bisschen... Also ich muss sagen, das Verhältnis zwischen Cody und May. Manchmal habe ich das Gefühl, es taucht schon so ein bisschen auf. Mal sehen, ob jetzt diese Schneelandschaft den Durchbruch bringt. Lass mich Sandia reiben. Okay. Das Buch färbt langsam ab, aber ich frage mich wirklich manchmal, was stimmt mit diesem Buch nicht, ey. Oh, hier ist ein Fluss? Aber da komme ich nicht hin. What did you do? Wir sind gemeinsam, oder? Oder du musst, Moor. Und du dann von der... Ah, ich muss das blaue Ding? Ja, aber... Ja, bei blau ist der Mensch auch. Hä? Hä? Ich. Also ich... Warum geht meine Tüne schon auf? Ja, warte mal. Kannst du, wenn ich meine offen habe, die vielleicht offen halten? Aber hier ist ja auch rot. Ah, ich stoße das ja ab. Ich stoße ja rote Magneten ab und ziehe blaue an. Ah, und ich... Guck mal, ich hätte hier aufmachen. Ja, okay. Ich könnte da aufmachen. Oh, okay. Das... Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ja. Ich meine, hier ist... Okay, ich schiebe weg. Warte. Warte, warte, warte. Ich habe mich... So, und jetzt muss ich. Dann zieht das das ja an. Warte. Oh, komm. Okay. Okay. Okay, also... Blau ist ran, rot ist weg. Oh mein Gott. Ich... Also bei mir... Bei mir ist blau weg und rot ran. Warte mal. Bitte. Ne, du musstest, glaube ich, einfach von oben nur ranziehen zu dir. Genau. Äh. Achso, warte. Ich sollte vielleicht was dran... So schnell will ich mich... Wuii. Ähm. Äh. Tschüss. Komm, ein bisschen mehr. Ich komme nicht hoch genug. Ich bin viel zu weit unten. Dann schaukel erstmal. Genau. Okay, mach mal. Ist das... Ich glaube, du musst das einfach mal halten, dass ich da drüben... Ah. Öh. Ne. Hä? Was bin ich... Ne, ich falle hier auch... Lässt der automatisch los? Ja, der ist... Ja, ja, der lässt automatisch los. Kannst du es einfach mal bei... Kannst du es einfach mal so halten? Ja, wie? Ich kann... Entweder ich drücke es weg, oder... Naja, so gedrückt halten. Naja, dann drücke ich es ganz hinter. Okay, aber dann komme ich aber auch nicht darüber. Und wenn du es ranziehst, dann... Ich kann es nicht ranziehen, das ist rot. Ich kann es nur wegstoßen. Weg, ich komme halt... Jetzt. Oh Gott. Blau, du musst. Okay, oder? Also, das ist auch ein bisschen, äh... Gewöhnungsbedürftig. Aber es ist sehr, sehr cool. Oh. Du musst drüben auf die andere Seite von der Seele? Und wenn wir in den Wald und wir uns selbst verabschieden, wir uns selbst verabschieden? Ich dachte, wir würden sicher getrennt werden. Ich bin hier. Ich bin hier. Langsam mal... Wo ist denn... Mimma! 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 Bäh. Wohíre. Sohooo. Oh! Those things look different. Jetzt kommen wir hoch, weil wir uns abstoßen. Also ich muss sagen, hier ist mein Kopf gerade so. Ja, ich bin auch gerade am Strugglen. Warte, hier muss ich erst hoch? So, warte, dann ziehe ich das runter. Wieso werde ich immer geschossen, ja? Na, du einfach leichter bist. Nein, geh weg! Komm nicht mehr her! Okay, hier häng ich mich jetzt dran. Müssen wir nur bis hier? Aber weißt du was, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ein paar Minispiele verpasst, weil wir hatten so lange keins. Aber in der Uhr... Aber ich wollte jetzt sagen, in der Uhr war ja... Ah, jetzt kommen wir hier oben hin. Nee, du musst aufs Blaue, glaube ich, und dich nach oben schießen, oder? Aber wo? Ach, hier! Ach, hier! Diese kleinen... diese kleinen Abdrücke, die wir machen... So, jetzt musst du wieder da rüber, ne? Ähm... Ah, warte... Ah, warte. Ah, warte. Aber hier komme ich ja dann... Hier brauche ich... Jetzt ist es blockiert. Aber warte mal, hier unten war noch irgendwas Blaues. Ich glaube, ich kann hier die Zugbrücke... Ah, jetzt dreht sich der Magnet für dich. Okay. Ah, nee, warte, du hättest... Ich hätte es noch umgedreht lassen müssen, damit du zuerst hoch kannst. Warte. Ah! Entschuldigung. Das ist immer... Das ist immer hier gar nicht so leicht mit dem Springen. So. Ah. Ah. Aber ich muss sagen, ich finde es gut ausgeglichen, auch die Aufgabenverteilung. Ja, mal muss der eine vor, mal muss der andere vor. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, der eine macht mehr und der andere macht weniger. Ich finde, das haben sie echt gut hinbekommen. Ja. Musst du... Okay, aber... Hier kann ich abkürzen. Warte mal da drüben. So, hier ist was Rotes dran. Ah, warte. Ich schiebe das weg und dann kannst du rüber. Und du musst drüben das Blaue noch ranziehen, dann glaube ich, zu dir. Ja. Nee, ich schiebe das weg. Das Blaue, ich kann das... Ähm... Kannst du das... Das Rote halten, ist ja Quatsch, wenn du draufstehst. Hm. Aber... Nee. Warte mal. Was war das immer los? Was? Es geht ja nur so. Ja. Ah, warte, warte, warte. Nein, lass... Noch nicht loslassen. Schieb ihn nochmal weg. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh, hey. Check this out. Our old skates. Here. Oh yeah. Put them on. Oh. I don't think we've been skating since we were here. I know. I don't know why I love skating. Me too. Oh. Look, Cody. Our winter clothes. Oh. Here you go. Yes. Awesome. Ugh. Stop freezing my ass off. Always use it. I like it here. Was it this cozy when we were here? Yeah. Yeah, it's just... Just like I remember it. You wanna... You wanna hang out here for a while? We should get going. Yeah, 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 you're right. I know, come on. What? Where are you going? Race you to the bottom. Alright, you're on. Oh Gott, das kann jetzt was werden. Ich bin auch schon ewig nicht mehr Eislaufgusskopf zu gelaufen. Ich bin doch nicht. Übrigens sorry, YouTube, wieder für die Bugs. Ihr kennt das ja aber schon. Nein. Aber ich hab's immer wieder. Manchmal erwähne ich's schon gar nicht mehr. Aber hier ist grad wieder recht doll. Auch gar nicht. Oh, das ist schade, weil du kannst dir das hier gar nicht so... ...alles so angucken. Ja. Ey, das ist so schön, hm? Da draußen sieht man die Möbel und das Zimmer, die Zimmerdecke. Oh. Woo-hoo-hoo-hoo! Oh, this size feels great! Ha, perfect for skating! Yeah, and I still got the hang of it! So do I! Woo-hoo-hoo! We should do this more often! Definitely! Woo-hoo! 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 Green. Ich hab' ne Pirouette gemacht! Hm. Nee, ziehen, oder? Nee, warte mal, das ist... Nee, warte mal, das ist... Ich glaub' ich ziehen. Ja. Hä? Hast du's nach unten bekommen? So, die müssen auch... Ja. ...nur gedrückt. Falsche Taste! Das passiert in dem Spiel tatsächlich sehr schnell, dass man mal die falsche Taste trufft. Hey, Cody! You remember this town? Yeah, of course. This is where we spend our first Christmas together. What's happened here? Used to be so busy. I know. Where is everyone? Yes! Where are they? This town used to be like your relationship. ...alive and far! Yah! Ha-ha! But look at it now. Silent. Dead. Frozen. Brrrr. You need to wake it up from its winter sleep! How are we gonna do that, genius? There's ice everywhere. Use your magnets! Magnets don't melt ice. Exactly! But the bells in this town can break the ice. Now, break the ice... ...and get your prize! Ah, Dr. Hakim! Ha-ha! Did he say we have to ring the bells? Yeah. Ring the bells to bring the ice? Really? Where does he get these crazy ideas? Come on, let's do it for the town! Okay. Aber das musst du. Das ist ranziehen bestimmt. Naja. Ach so, das hier unten. Ne, aber ich stoße das ja weg. Ne, ich stoße. Ich nicht blau weg. So. War zu weit weg wahrscheinlich. Ja, ich stoße blau weg. Warte. Hä? Äh? Okay. Äh. Ähm. Hä? Ah, ich muss das wieder... Äh! Es kommt runter! Au! Ich hab auf dich geguckt und nicht drauf geachtet, wie wett ich weggelaufen bin. Wette, ich lass los. Ja. Hä? 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 Ah, du musstest mit mir hoch. Du musst mit mir den Stein hoch machen wieder. Hä? Wie soll ich denn mit hochkommen? Nein, den Stein für mich hochziehen. Dass ich dagegen springen kann. Hä? Oh. Oh. Well, das ist spannend, oder? Oh. Oh. Kапarke... Hä? Oh. Okay. Oh. Here goes nothing! It's, too. Eh. Was ist das? Das sind wie die Minions. Womit du fühlst den langen Nasen. Was ist das für Nasen? Dann sterb ich jetzt, wenn ich jetzt hierherum war. Das ist süß. So, nochmal schnell gucken, dass wir hier wieder ein Minispiele verpassen. Oh, ist das süß. Die machen so So, okay. Okay, nicht. Komm her. Zwei Türme. Drei Türme hier noch. Drei Türme. Drei Türme. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich bin abgestürmt. Ich weiß nicht, ich spring dir einfach hinterher. Ähm... Warte. Warte, warte, warte. Nein. Warte, warte. Wo muss ich jetzt hin? Nee, du musst dagegen springen, glaube ich. Ach, du kannst es hoch auch machen? Nee. Also, ich bin ja... Ich kann das nur... Ich kann das nur... Ich muss mich dort dranhängen und dann gehe ich da rüber. Aber... Und dann? Nee, warte mal. Ich muss ja dort hoch. Nee, warte mal. Du musst... Ich komme jetzt mal zurück. Warte mal. Obendrauf ist auch noch was Rotes, wo du dich abstoßen kannst. Kann es sein, dass du hoch musst? Ja, aber du kannst ja das Ding hier nicht. Ich kann das wegdrehen. Äh, mit mir ziehen. Nee, wegdrehen. Ich gehe mal. Warte mal. Warte mal. Weil auf dem Ding oben drauf ist ein rotes Ding, was dich hoch zur Glocke schießt. Also, du musst hoch. So, halt dich mal an dem Holz fest. Oh, ich rutsche. Nee, aber ich kann das nicht drehen. Du müsstest auf die andere Seite dann, damit du hoch kannst. Du kriegst nicht, weil du musst es ja rausziehen, ne? Das ist Ding. Ich glaube schon, dass du es mal hoch musst. Ah, ich bin ja auch... Oh, ich bin so verwirrt. Ich bin ja auch rot. Ich muss ja oben abge... Bin dran. Eimig. So, und jetzt komme ich hoch. So, und jetzt musst du warten, bis ich wieder drüben bin. Oh, ich bin so verwirrt von den Farben. Ist voll schlimm. So. Genau, jetzt musst du da oben nämlich die Glocke läuten. Ah. Oh, das ist ja riesig hier. Oh, ich habe direkt fünf Bälle in der Hand. Das hat Auto-Aim drinne. Du kannst nicht ausweichen. Oh, oh, well, you know, it's dangerous out here. Ist das schön, oder? Oh, man kann die... Echt, ich will... Lass mir was übrig. Ah, hier ist ja noch ein Stand. Oh, so tasty. Warum, ich muss mir die nicht bezahlen? Was denn? Ey, du bist verfressen. Ich wollte auch welche mit Sirup. Ja, weil alles ist, Junge. So tasty. Willst du mich anschaukeln? Ich möchte gern schaukeln. Ja! Juhu. Nehme Spaß. Komm, den Überschlag hin mit der Schaukel. Oh, jetzt habe ich den anderen angeschubst. Oh ja, ich glaube, der freut sich auch. Ich glaube, ein Salto geht nicht, oder? Keine Ahnung. Willst du auch? Wo bist du hin? Bin hinter dir. Ach so. Warte, erst mit der hier noch kurz. Hui! Oh. Äh, doch, Salto geht. Hast du das arme Kind gerade? Hast du das arme Kind gerade etwa? Dann geht es besser, wenn du mich schubst. Ja. Oh! Hui! Hui! Oh mein Gott! Ich fliege! Du bist frei! Ja, anschubsen geht... Wie bist du jetzt? Ich will auch Schlitten fahren. Ich bin hier gelandet. Du musst mich aber anschubsen. Ach, nix. Ich kann... Nee, da musst du in den blauen Schlitten. Juhu! Hallo? Juhu! Hä? Okay, so streckst du auf. Weil du auch dran bist. Ah, na, ich muss in den Schlitten fahren. Es gibt so viel zu entdecken. Das ist einfach irre. Ist das schön. Ist hier ein Theater? Was ist das? Das sieht aus wie ein Theater. Nee, das ist... Hä? Oh, man. Das ist einfach... Das ist einfach ein Wellness-Ding zum Ausruhen, glaube ich. Das ist die Klinge auf dem Bauch. Ja, du bist ja auch voll gefressen. Oder bist du denn... Was? Ach, da. Oh, die... Ich hab'n bisschen wieder schläft. die ist eingefroren aber ich glaube danach können wir uns hin und her schießen aber ich würde sagen wir gucken uns noch zwei minuten hier und in der nächsten folge machen wir dann die zwei türme die noch übrig sind letzte gut idea schaffel bord oder kommen wir auch noch nicht rein das ist auch noch gefroren wir sind ja auch noch die ganzen feuerschalen sind noch nicht an hier sind dann lift oder sowas der riesenrad du kriegst wir sind gleich schlecht aber du kriegst es ist gemein das ist aber schon für den nächsten tourn hier kann man wieder schlitz zu fahren was ist das da mal gucken wir du kannst dich glaube ich draufsetzen oder was ist das was können wir damit machen ich kann das nur schieben hier ist noch eine blaue noch gefunden ich will die gegeneinander knallen kann die halt nur weg schieben ich kann meine rote auch nur schieben das heißt sollten wir tauschen dass wir die ziehen können aber dann jetzt noch eine rote ist noch eine blaue na gut ich sagen wir machen ende gelände mit dieser folge sie hat nichts wenn man zusammen und dann gucken wir uns hier den turm mal an und den da hinten und entkommen vielleicht aus der schneewelt und bekommen vielleicht den zweiten briefschnipsel ich will hier nicht weg ist so schön ich komme youtube macht's gut bis zum nächsten mal ich war ja noch so ein bisschen schlitzschuh bis youtube tschüss tschüss hui